Aber solange es irgendwo nicht im Kampf oder so leckt, ist das eigentlich noch relativ gut. Also, nicht so negativ. Okay, endlich mal Frieden zwischen denen zwei. Dann hier Schwertkämpfe, Sklaventreiber, da ist noch einer Ritter, cool. Wie viele Ritter haben wir jetzt? Drei Ritter. Okay, nicht schlecht. Die haben zwei Handwaffen, das sind bessere Ritter, finde ich. Und nochmals Beförderungen. Bausfrau, Trostfrau, okay. Teasmeer, komm, werde wieder normal nicht mehr zerstört. So, schauen wir hier mal. Minus 19 schon. Okay. Nicht euer Ernst, Scheißbanditen. Ihr seid so scheiße. Ihr müsst überall aufkrezen. Oh, 150 Dinare verdient. Nicht schlecht. Für den leichten Kampf. Ah ja, kurz zum Handeln. Habt ihr endlich immer noch nichts. Dann verkauft bitte dieses Zeug. Geltemeister. Nein, danke. Ärmer aus 21 Städte und reicher aus 0 Städten. Was, wir sind das ärmste Land. Okay. Ja, das sehen wir noch gleich. Was ist denn das? Kriegsvorke. Okay. So, also, jetzt schauen wir mal. Dass dieses Dorf wieder normal wird. Aufgebaut wird. Also, deshalb. Ja, mal diese Deserteure. Ah, bitte nicht drücken. Die sind immer gut zum Besiegen. Die geben sehr viel Erfahrung. So. Hahaha. Ja, ja. Bug User. Der Kegi Lanzenträger, der ist natürlich sehr gut. Oder Lanzenreiter. Basel, die ist stark schon. Oh mein Gott, der Kampf. Stau auf der A3 zwischen Basel und Zürich. Okay. So, der letzte auch noch, bitte. Nicht schießen. Ihr macht Pferdchen kaputt. So. So. Ist klar. Jäger, Wachmann. Armbrustschützer könnten wir mal machen. Erlungen liegen der Gegenstände einsammeln. Und die schwachen hier nicht. Das bringt fast nichts ein. Nochmals befördern. Fuss, Soldat, Veteran natürlich. Und jetzt zurück nach Tismir. Wir müssen hier überall alles beseitigen, was feindlich ist, damit es unserem Dorf gut geht. Komm schon, bitte. Bitte. Dörfchen. Dörfchen. Seine Räuber sind hier. Seine Räuber sind hier. Gehen die schon so weit, um zu blenden. Ach komm schon, jetzt bin ich schon wieder so langsam. Drei, vier, drei, fünf. Frag sie. Ich bekomm sie. Ach komm schon. Ja genau, nehmt die mit. Nehmt die mit. Nehmt die mit. Komm jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir zwei auf einem Klatsch. Wir laufen lieber. Einer ist schon tot. Halloooooo. Man, ich schau nie dazu. Nein, nicht den Landskne. Pössig. Jee, Stufe 15. Pössig. Alle Totschnitzen. Päng und päng und päng. Päng, päng. Der nächste und da vorne ist noch einer. Ja, greif doch den an. Gut. Der andere ist auch bald tot. Suchspiel. Wo bin ich? Okay, einer getötet. Ähm, Bauersfrau. Trostfrau. Sklavenjäger. Veteran. Fägereiter natürlich. Veteran. Okay. Dann haben wir hier noch ein paar bessere Sachen. Aber auch nicht gerade so gute. Und gute Sachen zu bekommen müssen wir einfach gegen andere, ähm, Anführer kämpfen und so. Okay, ich habe kurz wieder gelegt. Sorry dafür. Jetzt. Charakter. Hier machen wir jetzt auf Charisma. Äh, machen wir nochmals einmal auf Intelligenz, bringt mir. Damit Handel auf 4 ist. Und hier Stangenwaffen, wie gesagt. So. Sehr wichtig. Also, dies mir. Wird jetzt endlich mal ungeplündert. Weckgeplündert. Ausgeplündert. Komm, der Sattel. Komm. Komm, Schätzchen. Ah, ja, lass mir. Wir müssen zurück. Aber die Banditen nehmen wir. So viele Banditen hier. Okay. Nicht gerade gut. Jetzt haben wir schon viel mehr. Also, das ist ein ganzes Schwäbter. Fergie-Reiter, 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 Fergie-Reiter. Easy. Beim Wesseln aus bestimmten Bildschirmen zurück oder so hat Flapps ein paar Problemchen. Da geht es ja ein bisschen runter auf 1. Auf 1FPS, das nervt. So, schauen wir mal. Tismir kommt doch endlich mal wieder in Ordnung. Was haben wir hier? Streitsichtiger Säufer, dem braten wir ein Strieber. So, was für eine Verschwendung. Der Boodoo ist hier. Komm mit. Ganz Knecht-Reiter brauchen wir nicht. Okay. Marker Platz, Warenhändler. Hast du jetzt Endzusammenständiges? Natürlich nicht. Verkaufen wir die Sachen hier. So. Die Burg schauen wir mal kurz an. Nein, das ist zu schwer. Ja. Das sind Requests zum Entführen. Zum Buya. Das ist zu weit weg, oder? Hast du jetzt endlich mal eine neue Request? Nein. Wie laufen die Geschäfte? Zu wenig Korn. Nein, ich will nicht warten. Turniermeister. Nein. So. Schauen wir, wo die Banditen hingegangen sind von vorher. Ja. Die dürfen nicht in die Nähe unseres Dorfes. Deserteur. Das sind wieder die anderen. Handel ist abgekommen. Ja. Ist sonst egal. Seereibel. Hier. Komm. Ich muss dich einholen. Ich muss dich einholen. Also. Machen wir hier noch kurz die Lautstärke ein bisschen nach oben. So. Jetzt sind wieder die Pferde, ähm, Trampelgeräusche zu laut. Das sind wieder so hochheißgebildene Truppen, die sich den Banditen angeschlossen haben. Die halten schon zwei Schläge aus. Ach, ihr seid so schwach. Ihr sterbt immer. Dann lassen sie wahrscheinlich unseren Truppen, weil sie immer sterben, weil sie einfach eine so schlechte KI haben. Wenn ihr doch nicht gut ausgerüstet seid, dann kämpft doch nicht. Was kann ich denn dafür? Das ist wieder mal wirklich etwas Unlogisches, Schlechtes. Jetzt muss ich noch einen Kampf machen. Den werde ich jetzt vom Tal angreifen. In diese Richtung. Okay. Da ist er. Ja. Toll. Ja. 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 Ja.